Und du? Und du? Und du? Und du? Kuma-Reaction. Genau. Heute schauen wir wieder mal einen Filmtrailer, vorgeschlagen vom Katar Prize Bulletin. Oh, danke vielmals! Shoutouts! Shoutouts! Genau, der ist aus dem Jahr 2017. Schauspieler sind der Archite. Von dem haben wir mal so ein Smash-up geschaut. Voll! Und von Kajal Agarwal. Also Agarwal stehen sicher, aber Kajal Kajal. Ja, gar nicht, ja. Das war die Horrorserie. Ich glaube die von Netflix. Ah, der Telecast. Kann das sein? Ich lasse mir nur eine gemacht, der Telecast. Die, die auf Netflix gelaufen ist? Ja, voll, genau. Der Video, der am meisten Views hat. Mit Abstand. Das, das kann sein, ja. Gut, nein, schau jetzt nicht nach oben. Er hat nicht viele Views. Okay. Der Director ist der Siba. Von dem haben wir bis jetzt noch nichts gehört. Gesehen, gesehen. Ja, genau. Und die Musik ist vom Anirut. Von dem haben wir schon viel gehört. Ja, der Anirut. Ja, voll. Der ist immer irgendwie ein bisschen dabei gefühlt. Ja, voll, voll. Genau. Jobs. Ja, voll. Los, fool. Ja, voll. Das ist nouveau. Das ist sowohl. Das ist also gut. Das ist sowohl. Zu b свой besoin. Da? 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 Das ist sowohl. Ich habe die Gans gelegt, so... So, sie ist ein Molumann. Rahu, ich sage dir was. Steh, ich sage dir ein. Hör mal. Ihr seid auch glücklich. Ihr seid glücklich. Wir sind glücklich. Ich hab dich in meinem Leben. Ich habe dich da, wie du das anstattest. Ich versuche, ich kann mich nicht sagen. Ich kann dich nicht sagen. Ah, das ist eine Schaffung, die man-schaffung. Zagamata. Phoenix Parvamadri. Erick, Erick. Ergendu verra. You... Will... See... My... Rage. Oh, crazy. Ich finde, er sieht so geil aus. Okay, so viel Action halt und alles. Aber das Problem ist, es kommt so viel Militär vor und ich muss zurück in den Wicke abhalten. Gar keine Lust. Weißt du, das finde ich komisch. Irgendwie. Was? Einfach die Stimme. Irgendwie so, zum Beispiel jetzt so ganz am Schluss, hatte ich fast das Gefühl, es übersteuert mich. Es ist irgendwie so mega nah, mega so, wie soll ich das sagen, mega so unnatürlich. Irgendwie, weil es einfach so gefühlt ist, ist er so ein Mikrofon. Jubel. Voll auf die Ohren. Wie war er am Mikrofon? Nein, das ist cool. Ja, das kann sein. Nein, doch, jetzt muss ich sein. Also musst du mal achten. Jetzt. Oder auch nicht. Jetzt wäre ich so drüber. Doch, doch, doch. Doch, doch. Ah, ja, bestimmt. Das ist gut. Ja, ja, das ist krass. Ja, voll, voll. Aber vielleicht, also weisst du, es ist eher so krass, dass ich mir vorstellen kann, dass ich irgendetwas extra mache, um einen speziellen Effekt reinzubekommen, oder? Ich habe es. Also, es muss fast, weil das ist halt recht stark, die Verzehrung, oder? Aber, ja, voll, jetzt, wie du das sagst, falls mir schon auch hier ruf, aber vorher ist so... Ja, du, es ist jetzt auch nicht so wild, oder? Ja, voll, vielleicht ist das einfach normal. Naja, naja, vielleicht schon. Widerfall, ja, du findest ihn aber auch cool, sonst, oder weniger? Ich würde es nicht ganz genau checken, wie es geht. Wie immer. Ja, es ist zum Teil unerstand. Für so eine Militär und die hat irgendeine Frau und dann Red Alert, da muss er irgendwie irgendetwas retten, so. Und voll. Es hat viel Action drin, aber jetzt nicht so etwas, wo ich könnte sagen, so... Aha, so eine Story... Ja, genau. Okay, okay, ja. Aber du... Ja, vielleicht müssen wir es jetzt zweitmal schauen, oder eben, der Film hat dann schon eine Story, die wir jetzt nicht checken, oder im Trailer nicht drin haben. Aber ja, ich weiss, was du meinst, ist halt schon recht actionbasiert, und ja, Stunts und alles. Aber ja, keine Ahnung. Ja, schreibt uns doch das nächste Mal in den Kommentaren, was ihr vom Film haltet. Wird sicher auch schon, ja, schon lange gewesen, nehme ich mal an den Trailer, aber es wäre schon auch noch interessant, oder? Auf jeden Fall, ja, danke wieder vielmals fürs Zuschauen, dann habt ihr ihn aber geliehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace. Erika, 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 Yöh'ndi warrahm.